Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft, und zwar mit dem Knolle. Hallo, ja, ich stehe hinter dem. Da ist er, und das Ganze natürlich auf dem Server bei Damakash. Und wir sind bei der Kathedrale weiter bei. Ja, hier ist noch weiter Stein. Oh, da sind Steine drin, die nehme ich mal gleich raus. Kann ich jetzt mal was zeigen? Ich habe einen Skin. Oh, einen Skin. Ja, er ist ein Skin. Fassend zu mir ist sogar ein Kürbis. Zack. So. Gut, das hat geklappt. Ich habe wieder Stein und baue jetzt weiter. Ich auch. Gut. So. Da ist ein Oktopus, wollte ich gerade sagen. Ja doch, sind sie ja doch. Ah, super, das hat wieder geklappt. Das war das falsche Werkzeug, das ist das Richtige, dann geht das auch schneller. Achso, ich sehe gerade, ich muss mal was essen, ne? Gut. Warte. Wir wollten den Weg auf einer Höhe machen, ne? Welchen Weg? Warte, muss man glaube ich gerade mitkommen. Wo bist du da? Ich bin ein Delfin. Äh, wir wollten das doch so machen, dass wir auf dieser Höhe hier auch, da hinten. Du meinst jetzt die Treppe, äh, die, 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 oben auf der Brücke. Ja, dass wir hier auf dieser Höhe auch wieder weiter sind, also hier auf dieser Höhe, wo das Gras hier ist. Ja, da kommt es wieder raus dann, ja. Und auf der anderen Seite wäre es natürlich schön, wenn wir dann, äh, hier auch noch, oder? Sollte das hier auf der Ebene tief sein, wie die Kiste jetzt hier die Werkbank steht, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Warte, ich gucke gleich mal. Dann müssten wir das alles ausbuddeln hier und, äh, Steine legen für den Vorplatz, ne? Doch, ich glaube, ich habe jetzt hier, so ist das gut, oder? Kann man hochlaufen, kann man runterlaufen. Ja, okay. Die wird noch ein bisschen breiter, ne? Oder wie war das, ne? Geländer sozusagen. Ja, da kommt dann Geländer. Gut. Oder war das hier unsere Höhe? Die nachjährige Bodenhöhe? Nein, das hast du nur für Mitte gesetzt, für die Mitte der Brücke. Also, wir müssen dann ausgraben hier sozusagen und in der Kirche auch. In der Kathedrale, wo dann der Boden ist, ne? Genau. Ah, super, das hat wieder geklappt. Muss ich nicht hier rein. So. Jetzt müssen wir nur überlegen, wie wir weiterkommen. So, ist schon mal gut. So, wie war das jetzt hier weiter? Ja, das lassen wir alles so. Und hier. So. Geht's weiter, gut. Ach, hier war unten die Katakomben. Ja, gut. Da brauche ich immer noch keinen Werkbank für. Ich habe keine Steine mehr. Ich auch nicht. So, das heißt, wir müssen irgendwo Steine her haben, ne? Hier ist ein Stein. Achso, doch. Im Ofen sind ja wieder Steine. Ich habe hier noch ganz viele. Okay. Auch Abbruchsteine oder nur? Ja, ich habe auch Cobblestone oder so. Hochstein oder wie auch immer du es nennen willst. Ja, aber wir müssen... ...und 45. Okay, aber wir müssen mehr haben. Wir bräuchten noch einen zweiten Ofen. Können wir den basteln? Ja, klar können wir den basteln. Und dann müssten wir mal gucken, wie war das denn hier unten in der Katakomben? Sollen wir mal runtergehen und gucken, wie es da weitergeht? Aber es ist eigentlich genug Steine hier unten da, ne? Ja, wir haben auch da hinten eine ganz große Höhle. Aber ich kann ja eigentlich... ...sagen wir mal so... ...da bin ich nicht da hinten in dieser einen Höhle und das macht eigentlich ja keinen Sinn für uns... ...kann ich da ja schon mal die Katakomben, sag ich mal, bauen. Aber hier unten geht es nicht weit rein, ne? Ja, kann man aber reinbauen, oder? Naja. Also hier geht es nicht weit rein, dann ist schon Schluss. Zack. Auf jeden Fall brauchen wir... ...Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. So, ich brauche jetzt noch einen... ...Hochstein, warte, also... ...den kathedralen Stein, den ich dir mal... ...komm mal grad mit, wo bist du? Ich bin grad unten drin, ne? Kommst du mal grad mit, tu uns? So, einmal aufsammeln. Ich wollte dich nur fragen, ob du diesen einen Stein noch brauchst. Der hier steht. Ne, der erste, der war ja auch nur Markierungsarbeiten, ne? Der hier? Den kannst du eigentlich jetzt auch abbauen, ja. Gut, weil ich... ...das ist der... ...den hast du hier jetzt. Bitte? Du hast den aufgenommen. Brauchst du einen, oder was? Ich brauche noch genau einen. Gut, danke. Ups, ist mir ja in der falsche Richtung gelaufen. Zupp. Oh, oh, oh. Ich tu da mal alles rein, was ich jetzt erstmal nicht brauche. Doch, rot auch mal immer. Okay. Kann man... Ähm, wo sind sie denn da? Oh, hier ist kein Feuer mehr dran, und da muss man erstmal Holz und Kohle nachlegen, ne? Wo hast du noch so viel? Sag das doch. Und in dem Ofen fehlt auch Kohle. Aber Stein fehlt... Steine hast du reingetan, okay. Und ich will jetzt mal gucken, ob das... ...geht, was ich denke. Ah, gut. Ach, was mach ich? Ich will daraus einen Zaun bauen. Also, Zaun geht so, ne? Ne, ich muss mal grad gucken, ob Steinzaun so geht. Na, Steinzaun kann man nur machen. Wollen wir dann für die Brücke? Steinzaun haben oder so? Also, was... Steinzaun, denke ich mal, ne? Außenrum. Ja, müssen wir mal gucken, ne? Oder ein Holz. Hast du jetzt fünf Beid gemacht, ne? Ja. Ja, aus äußeren Beiden kommt dann aber ein... ...Zaun. Ein richtiges Geländer hin, oder was? Ein Zaun als Geländer, ne? Ja. Aus Holz. Aus Holz? Ja, können wir machen, oder? Hm, gute Frage. Ich denke mal, Dunkles passt ein bisschen mehr, oder? Ja, glaube ich auch, dass Dunkles besser passt. Mach mal Dunkles. Aber da müssen wir in Fichtenwald. Dark Orgwood. Orgwood. Ja, da muss ich mal gucken. So, ich tue jetzt mal... ...alles, was ich jetzt erstmal hier im Moment nicht brauche. Das war Steine. Ich habe erstmal wieder ein paar Steine, die müsste ich jetzt erstmal umändern. Ach, Eisen haben wir auch noch genug. Tue ich auch erstmal rein. So. Gut. Jetzt kann ich wieder ein bisschen... Ah, es wird Nacht. 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 So, ich sollte das mal gerade so ein bisschen... So, ganz unten in der Kiste, weil wir können uns sogar ins Bett legen. Ja, macht Sinn, oder? Ich lieg schon dran. Gut, ich komme vorbei. Okay. Wunderbar. So, hier, kommen wir gerade in die Truhe. Unten, das sind Sachen... Also, ein Stein. Daraus kannst du ja eben halt... ...den hier machen, den anderen Stein. Kann ich rausnehmen, die Steine jetzt, oder was? Ja, ich habe das dann nur reingelegt. Hier, kannst du hier mit rein. Und ich... ...mache mich als Versuche... ...nach Fichtenwald. Okay. Essen habe ich dabei, eine Axt habe ich dabei. Gut. Sollte nicht schief gehen, da ist Wüste. Also, läuft mal lieber in eine gegengesetzte Richtung, oder? An der Sitt finden wir den hier viel? Das ist in der Höhle, glaube ich, drin alles. Okay, dann sollten wir uns mal überlegen, ob wir den Boden in der Richtung machen, in der Kirche, ne? Oder? Es sieht aber nicht so schön aus, finde ich. Sieht nicht so schön aus, meinst du? Ich glaube, das sieht nicht so schön aus. Ja, müssen wir nochmal überlegen, dann. Das ist auch Wüste. Soll ich denn dann hin? Akazienholz habe ich sechs Stück dabei, ne? Weiß ich nicht, ob du die brauchst. Die liegen da drinnen, ja. Ne, die brauche ich nicht, das ist rötliches Holz. Aber ich glaube, das passt da nicht so zu. Naja, okay, ich baue mal erst ein bisschen weiter. Ich mache mich auf große Erkundungstour. Ja, Holz brauchen wir ganz viel, weil ich würde ganz gerne in der Kirche, in der Kathedrale, nicht Kirche, würde ich gerne, sag schon, links und rechts so Zwischenetage machen, wo man hochgehen kann, damit mehr Leute sitzen könnten, verstehst du? Also Schiffe. So, ja, ne, Kirchenschiff ist ja das Ganze. Seitenflügel, die mehr Etage sind. Keine Ahnung. Ich bin kein Kirchenfreak. Ja. Oh, hier ist ganz weiß wegen dem Shader. Sand. So, 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 das sollte dann aber noch Gläser mit, die ich auch reintun kann. So, erste Etage in dem Sinne sein, glaube ich. Ich glaube, in der Aufnahme sollte das dann noch ein bisschen besser sein hier. Weil für mich ist das ja schon fast alles ganz weiß, aber in der Aufnahme wird es halt ein bisschen dunkler gemacht. Ich kann ja auch in den Himmel gucken, das ist nicht so schlimm. Gut, schon wieder Steine, oder? Das wird ein Mega-Stein-Projekt. Ja. Oh, ich habe hier gerade eine Sandwüste gefunden. Eine Sandwüste, ja, eine kleine Sandwüste. Ähm, ein Dorf habe ich gerade gefunden, so wie es aussieht. Und da war eben eine Sandhöhle. Mhm. Mit Sandsteinen und sowas. Ja, hier ist ein Dorf. Okay. 21 Weizen für einen Emerald. Oh. Das lohnt sich ja mal gar nicht. Man kann in dem Sinne sich für 18 Weizen drei Brote machen. Mhm. Und drei Brote kosten ein Emerald. Okay. Aber für 21 Weizen, das entspricht vier Broten und ein bisschen, kannst du dir ein Emerald holen. Das heißt, das lohnt sich gar nicht mal, was die hier anbieten. Gut. Und der macht das für 22. So. Irgendwas zu klauen. So, Steine noch fertig? Ja. Die haben ja nichts in ihre Häuser. Die sind ganz arm. Ganz arme Leute. Ach, hier ist er am Feld, ne? Okay. Ich nehme alles mit, was hier drauf liegt. Kartoffeln sind auch drauf, das ist doch gut. Hm. Jetzt habe ich die Empore aus Steinen gemacht. Wollte ich doch gar nicht. Na, jetzt lassen wir es erstmal da so und wir werden es dann doch aus Holz machen gleich. Aber mit dem Holz kann es noch ein bisschen dauern, ne? Das weißt du. Ja, okay. Kein Ding. Ich muss erstmal ein Wintergebiet finden. Ein Skigebiet. Aber so wie es hier im Moment aussieht, ist es immer noch endlose Wüste und ich habe Hunger, aber ich habe noch genug Essen. Leckeren Hasen. Okay. Weiß noch nicht, ob er lecker schmeckt. Aber er isst ihn. Das ist wichtig. So, wenn ich da stehe, dann würde ich aus dem Fenster gucken können. Sollte man in einer Kathedrale aus dem Fenster gucken können? Eigentlich nicht, ne? Das heißt, wir machen es immer noch ein höher. Ich bin der Meinung, das Fenster sollte so fünf Blöcke, also ab dem fünften, soll ja eine große Kathedrale werden, oder? Dann sollte sie ab dem fünften Block anfangen, das Fenster. Ich habe sogar noch farbige Schreiben und hier ist ein ein riesiger Erdsch. So wie, ne? Alle Leute, die noch sich erinnern aus dem vorigen Minecraft-Welt, da hatte ich ja so einen, wie nennt man das? einen Holzpfeiler, um in der Welt gesetzt, um die Höhle wiederzufinden. So, dass sie gerade aus nur mit Dreck war ein riesiger Dreckpfeiler. Hier ist Birkenwald, das heißt Helles. Okay, ne, das ist ein Mischwald. Das muss noch einer weg. Ja. Da hast du das endlose Meer. Okay. Mal gucken, ob das wirklich so endlos ist. Ja, sieht endlos aus. Ne, da war er falsch. Da war er falsch. Den hatte ich glaube ich drinnen. Ja. So. Jetzt lass ich mich auch mal wieder auf dem Weg zurück, weil sonst bin ich nie zurück. So. Krieg ich die von hier wieder abgehauen? Ja. Für die Wüste und die mal glaube ich stehen da besser. Es ist nicht so hell. So. Haben wir irgendwas mit Holz jetzt schon da? Mit Holz? Nein, kein einziges Was hast du an Holz jetzt da gefunden? Irgendwas? Nein. Nein, ich habe kein Wintergebiet gefunden. Nein. Oh. Sind alle nicht kompatibel mit der Version. So. Das ist das Dorf ja schon. Oh. So, okay, das gefällt mir jetzt schon mal. Gut, okay. Bist du unterwegs nach hier? Oh, da ist auch noch. Nee, ich bin nicht hier auf dem Weg. Hier geht's auch in den Keller. Oh, hier geht's richtig dunkel in den Keller. Oh, warte mal. Sehe ich das richtig? Was denn? Ist das eine Pyramide? Oder sehe ich das richtig, dass das eine Pyramide ist? Oder ist das eine Kirche und sehen die so aus? Oder ist das eine Pyramide und das ist eine Pyramide? Wo bist du? Wo bist du? Bei einer Pyramide, mehr kann ich nicht sagen. Irgendwo in der Wüste. Okay, hat da schon jemand was gebaut oder was? Nein, Pyramiden sind von Minecraft. Okay. Also, wenn ich mich recht erinnere, sollte man aufpassen, dass man... Ach, die wurde schon abgeerntet. Okay. Hat nur noch keiner gesagt. Okay, hat man vielleicht sehen können. Hat wieder gut geklappt hier. Aber ich glaube, du wolltest... Ja, kommst du wieder hierher oder nicht? Ich glaube, im Moment noch nicht. Gut. Ich muss jetzt nur hoffen, dass ich hier noch rauskomme. Ja, da fällt der Schland schon runter, das ist gut. Okay, wir haben hier keine Steine mehr im Ofen. Aber es war noch was da, hast du glaube ich gesagt, ne? In der Kiste. In der Kiste, ne? Jo. Gut, die Steine laufen auch schon wieder. Ah, ich bin raus aus der... Was auch immer. Was haben wir da gemacht? Das war jetzt verkehrt? Naja, geht schon. So, jetzt muss der letzte Hase dran glauben. Und ein bisschen Fleisch. Rinderfleisch, oder? Ne. Schweinefleisch. Ist das das? Oh, es hat wieder geklappt. Komischer Hügel. Oh, ich weiß gar nicht, ob das die richtige Richtung ist. Oh. Da muss noch einer mehr hin, da auch. Da habe ich nicht das Gefühl, dass ich von da gekommen bin. Ich hätte vielleicht Fackeln setzen sollen, aber da hinten ist schon mal Nichtwüste. Okay. Ich hoffe mal, dass ich von da gekommen bin. Das sind Bäume. In der Nichtwüste. So, okay. So eine ganz normale Landschaft. Ja, ich glaube, das kommt so hin. Huch, der ruckelt auf einmal über mir. Okay. Die ganze Minecraft hängt sich auf für kurze Zeit. Habe ich noch irgendwelche Stufen? Nein, habe ich nicht. Stufen noch machen. Wahrscheinlich dann hätten die Blumen, oder was? Oh, da kommt der Mond. Oh. Ich weiß jetzt aber nicht, was das ist. Das ruckelt für eine kurze Zeit. Dann ist es weg. Jetzt Zeit, dass wir vielleicht die Folge beenden. Kann das sein? Ja. Ich orientiere mich doch, 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 da hinten. Doch, da sind Häuser. Und Häuser heißt immer, das ist besiedelt. Das ist besiedelt. Und da oben ist ein schwebender Klotz. Heißt das? Ja. Das ist dunkel. Das schwebende Klotz heißt dafür, dass da die Golem-Dings ist, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich bin wieder am Fuchsbau. Machen wir nicht mehr mit der U-Bahn-Ding vorhin gefahren? Ja, kann sein. Ja, ich bin wieder am Fuchsbau. wie ich auch immer hier hingekommen bin. Aber ich hab's geschafft. Okay. Wahrscheinlich war das das Wüstendorf neben... Nein, das war's. So, wie krieg ich das jetzt hin? Ja. Das wird Bastelarbeit, sehe ich schon so. Oh, jetzt... Ich geh schon mal in die U-Bahn. Aber ich fahr noch nicht. Denn... Wir werden jetzt hier an dieser Stelle... Nehme ich auf den Zugwarte angeblich. weil ich setz mich hier so hin. Die Folge mal beenden, denke ich, oder? Ja. So, kurzen Moment noch. Ich sitz hier schon und warte auf die Bahn. Okay. Aber die Bahn hat Verspätung. Also eigentlich nicht, wenn ich mal gesagt, dass ich irgendwie eine Bahn brauche. Ja, ich muss gucken, wie ich das hinkriege. Das wird eine ganz schöne Aktion, diese Kirche. Kathedrale. Ja, das kann man uns sagen. So ein bisschen. Gut. Und da muss ich hin. Oh, falsch. So. So, da kommt noch so eine Stufe hin. Und dann gehen wir wieder da rein. Ach, man kann sich an dem Kaktus ja gar nicht wehtun, weil da ein Teppich drauf liegt. Okay. Habe ich noch gar nicht realisiert, dass das geht. Dass man einen Teppich auf den Kaktus legt. So. Was ist das? Das ist Granit. Smooth Granit. Bist du fertig? Ich bin fertig. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Ja. Dann würde ich sagen... Und, ja, ein Bett hast du nicht gefunden, ne, oder? Nein, kein... Doch, ich bin am Fuchsbau. Kannst du noch schlafen? Ne, ne? Doch. Guck mal schnell. Musst du noch die richtige Richtung finden. Aber wir können ja... schon mal... Ja, später machen. Gut. Okay, dann würde ich sagen... Ich lasse Ihnen Dank fürs Zuschauen. Und wir würden uns freuen... Wenn ihr das nächste Mal... auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.